Ja, das ist ein Floh. Ich muss mal mehr Mut antrinken. Ja, nichts. So sollte ich eigentlich. Vielleicht hätte ja noch jemand ein Bier, bevor ich den raufkommen bin. Komm, schieße ich. Da sehe ich hier das Loch. Ja, da stehe ich kennen. Da ist kein Wind rum im Moment. Es ist ruhig. Gegen den Wind hat das Loch aufgeschiessen. Das ist ja nicht so angenehm. Da habe ich alles im Griff. Hier ist der Ruder sehr stark. Ja, jetzt ist es gut. Ja, gehen wir mal. Das ist doch gleich nicht über die Steine. Geht der Motor? Gut. Was ist denn mit den Flaps? Sind das nicht Flaps? Nein, die sind ja schön. Ja, ist gut. Also. Oh, dash. Oh. Hup! Das ist ja nah. Ja, das wird auch ganz gut. Immer Adult. In der Schule.